Mann, 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 Mann. Alle Mann auf Gefechtsstation! Du hast schon einen Fuhrzeit draußen, siehst die Schiffe nicht, das ist kuriös. Unterstützung an! Jawohl! Bestanden! Jawohl! Katapultjäger in der Luft! Hm. Vielleicht muss ich mal telefonieren, glaube ich. Ja, ist auch ein Schlimmes. Ich schwach mich so weit vor und gleich kommen sie wieder raus. Da muss ich gerade rausdrehen und dann bin ich zur Schosse! Ja, auch nichts Schlimmes. hat abhin hat die konkreten wir haben C.S. Ne, geht auch weiter. Ich glaube, wir brauchen mal ein Bad hier. Oh, hallo, Wuster. Das ist das, was ich mähe, ne? Plötzlich geht's auf. Alter. Kommt noch eine. Kommt noch mal so'n schöner P-Seil. Ach, von wen hab ich jetzt ne Zitadelle gefressen? Ey, sofort ne Zitadelle. Das ist doch nicht normal, ja? Donner Massachusetts, oder wat? Oh, Mann. Wie haut die mal ne Zitade rein? Das warnshaft. Oder was? Oder was? Ach, wird contestet hier schon wieder. Mann. Also, da. Haguruma. Leck, da mal. Na, Haguruma. Ach, da. Oh, kein Schaden hier. La, 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 la. Na, ja, das geht schon mal. Hast du mal ein Teil erfolgt, gelten lassen, ja? Na ja, Roms, 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 Roms. Ach, 4 und Ock. Aber es soll, soll, Schadenzahl, Mann. Also, noch nicht die Gittergase, ich krieg die Krise. Komm, jetzt haben wir 3,100 Euro schaffen. Ja. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versiegt. Was ist denn guter Verlangen? Ich hab gesagt, ich supporte dich. Dann supporte ich dich auch. Ne? Ich finde, das ist ne Wooster, die steht so schöne. Habt mal gleich was direkt. Die kommt nirgendwo gar nicht so weit. Ah, geil. Oh, jetzt fahrts vorwärts. Jetzt kriegst du ein Feuer, nicht von mir. Jetzt wüsst du, ob das Not der Ehne ist, ne? Geht das ja noch. Wieder 1600, 99. Ach, du heile, okay, da kommt sie ja schon. Geht das, ein Kreuzer gesichtet. Ach, wo hat die da hingeschossen jetzt? Oh. Rückwärts, 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 rückwärts. Noch die 2 nehmen. Noch die 2 nehmen. Ah! 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 Unserfed. Ah! 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 Was aber? Hilft mich mal einer? Was ist hier los? Na Gott, ich muss ja weg. Ich treffe aber auch gerade überhaupt nicht das Schiff. Bin zu gutmütig hier mit dem Pott. Ich merke das schon. Das genauer ist schon weiter geworden. Ja, zack, jetzt kann der Mensch sprechen. Unser Sieg ist in Sicht. So klar, jetzt ist er Sieg in Sicht. Das war immer voll so klar. Aha, wer war das? Vor meine Norca. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Ach du heilige Mann. Da geht ja gar nicht auf die Hörner runter. Feuer Alarm! Ach ja, genau. Jetzt ist genau der Torpedo. Ach, ich muss ja rein. Unser Sieg ist in Sicht. Das war aber die Wooster. War das die Wooster? geschrieben blablabla 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 was doch zwar die wuster kein support geregt haben für alle wieder schon zurückgezogen die tracks hunde johä aber war auch nicht auf dem schirm das hier umkommt oder war das die edel hier vernichten schlacht das ist noch ganz ach die wuster hat mich auch ausgenübt ja leichter auf das blut das ist noch gerade so von der schluss war der wuster der freundin jene zitadelle geschlagen aber naja noch ist nicht entschieden hier noch ist nichts entschieden dort verkacken so gerade da oben wollte ich will aufräumen ich wollte ja die karte genau in der meinte sie noch mal da in der doppel naja die wuster noch gefressen kommen jetzt sind die älterste haus meine fresse ey das ist nicht gar offen so dem ich auch mal sein und die hinten borg geht nicht auf die mino sondern auf die genau breitseite zum mino du bist ein held man die dorps die deutsch da hast noch mal top salve doch immer dieser bruch aus die hat der scheiße gesetzt da kannst du löschen na freilich kann man löschen oh man da wie ist es davon davon beschossen wird wo ist meine 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 jungen ja die pitt ist tot oder was ach die jungen ist tot ne genau den mitnehmen batsch na schön wenn wir da rammsten jetzt oder alle stationen brauche feuerunterstützung der ist mal herzlich na gut es war ja alles trottel ich führe so nicht liefen die da rum her ne so krass passen erstmals wieder da für ein paar minuten hm hm ich glaube da kriegst nix hinten borg los sah es noch sieg aus jetzt verlassen wir sie mal hm hunderttausend schaden der atlantik oben bei c waren wir ganz viele schiffe plötzlich war ich alleine gegen keine ahnung sechs sieben schiffe dass der kinder zählt und genau dann wenn du mir da hinten bock trocken willst nimm sie so ein torbwerf das ist jetzt schon das zweite mal immer in den momenten haut die dir deine torbwerf da war es ah genau das das mein das das ist das 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 war ein großartiges verloser das gefecht meinte ist so da die tasche kenne herum schießt auf weit ist er weg auf acht kilometer auf eine mino voll drottel da kommt mir nur war eine korsak also sowas von gefickt oh man das ist wenn ich vielleicht mal nach das ist bei der arbeit ist ist so feucht ich bin ich da hallo ja und ich kann noch kann dann kann ich doch mitfahren aber später weg ja alles klar fünfter und sechster trifft ja gut ähm dann war so abend ja und bis heute da ok gestern ist gestern war meine dem ding zu ihm dass sie da sind ja sieht auch so aus als pumpe schnitzel schnappi du am anfang wie viel geht raus wie viel geht raus ich glaube weil wir uns realistisch bin ich erst 19.30 da bitte 19.30, 1945 komm nimm die Gitterkasse bitte noch raus nimm sie noch raus warte ach ja schön meine was und die und die zu dem minus ist krake die Türpitz anscheinend ne die noch kamers oh man oh man oh man zu ein verlottes gefecht 5 minuten die vier mir 60 punkten die holt sich aber gleich zehkett kdk gut so wie ich habe ich garo ich weiß es nicht, irgendwie habe ich den Fluch auf da hinten boh, gell? gerade 150.000, lost jetzt 101.000, lost ich tue mit den Schiff nur lost und das geht mal langsam auf den Sack ich sagte, ich soll B fahren nein, was macht sie? die Geertorben wo hinten bei A jetzt hinten rum da ist kein Schiff mehr, man ich muss nicht sagen, ich kann das nicht mehr gut So, kann sich bei Wargaming bewerben, dass sie das Spiel auf Deutsch übersetzt? Naja. Das ist doch schön. Ich stehe bestimmt mal ganz oben, oder Bro, da haben wir nix gerissen hier, kriegst die Krise, wirklich wahr. Jetzt steht der AFK rum, Trottl, hab kleiner Weeport als AFK reingehauen. Das ist doch schön. So, Uwe, ich verabschiede mich. Wir wollen uns dann heute Abend, ne? Ja. Bis dann. Bis dann, ja. User disconnected from your channel. Das ist doch schön. 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 siegen schon erinnern hat sie auf hat er das dreckig klar überlebt ich klipp nicht ne auf die auswerden bin jetzt die spanier gewinnfahrt fick dich wargaming fick dich